Zirkus Kristallo Am besten hat mir gefallen die Motorräder, die waren sehr gut. Am meisten hat mir das mit den Katzen gefallen, das hat so süß ausgesehen. Die Show war sehr, sehr gut, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Es war ein wunderbares Programm, sehr schön. Für die Kinder fand ich die Clowns total super. Also der Zirkus hat mir sehr gut gefallen. Es war ganz cool. Mir hat am besten gefallen die Akrobatiknummer. Und ich fand die Motorräder hammergeil, es war super. Vielen Dank für die Vorstellung, es war der Hammer.